recht herzlich willkommen zur 71 folge von europa universales 4 mit england hier ist kein anführer drinnen sehe ich waren aber ein so warte mal zurück macht das mal zu werden wir drüben nur einheiten oder 120 ok da ist der anführer dran alles klar passt dann schon ja ok dann sollten wir gucken dass wir noch ein paar mehr kriegen einheit natürlich so lassen mal die zeit laufen und hier wo endet eine technologie investieren metallurgie es gibt dann machen wir das doch mal nach dem geld 20 plus immer noch keine korruption korruption inflation das geht das geht auch die sind ganz lieb ok ja hier hier der slums portugal 20 prozent können mit leben flotte ist schwach na da sollten wir vielleicht noch mal was tun wollten wir auch tun so geld ist da kommt ja auch immer permanent und ständig rein ja machen wir mal was oder machen wir das zweite machen wir da in london ein 50 kostet überall na ja 86 tage und da noch ein und fertig geld ist dann auch erst weg wieder und fregatte ok mach einfach da eine da eine dort eine und dann machen wir hier noch ein paar von zwölf kostet die einen können uns nur leisten wenn jetzt drei na gut ok wieder ein mehr machen ich kann man zwei noch mehr machen ok handelskriegsgrund gegen die ok das geht jetzt nicht da war dann gucken wir mal anspruch drauf ja krieg erklären würde bedeuten österreich ist gegen uns ok schickt ein doktor das war voll stein und folge ein jahr alt er ist 50 wurde dass der thron vorwärter dann 153 betet für sein leben tja gucken wir zwei da geworden also ist ja noch nicht mehr und sterben kann das sein ok wieder ein monat rum und lebt noch klingt mit sich selber truppen zusammenziehen als der einheit kommt auch dort sind neuner bringen wir die noch rüber oder ok 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 bringt die mal ein wir müssen dann hier die schiffe fertig werden kriegsgrund ist weg das war hier eine kalorien in der kriegskalore akuma da ist schon der erste fertig nur einer fertig aber das sind transportschiffe naja gehört sehr wahrscheinlich haben wir die dame ein botanien hat meyer mit dem krieg erklärt sehr interessant kommen jetzt die schiffe alle nacheinander raus das sind jetzt noch die drei galonen die fehlen die fregatten sind dann auch schon beine ja war das schon alles war nicht mehr gemacht pelze ok machen wir nochmal hier zack fertig das sollten jetzt genug schiffe sein was gibt es das was die stadt zu ok und läuft die rücken da auch rüber dann die kümmern dann ein so jetzt mal neun plus 41 das sind 50 ja die eine können wir denn jetzt den krieg erklären ja bestätigen wir bestätigen wir bestätigen wir oh die kämpfen sogar guck an ist vorbei dass die nichts mehr tun ne so kann auch dahin ja das ist ja jetzt mal was ne endlich sind hier mal ein paar leute auch die dann kämpfen von denen hier neun stück sind da ja ja das ist schon eingenommen hier ok und dann marschieren wir da hin oh die bänder nochmal aufgehalten wo haben sie denn gehabt irgendwie 2000 oder was die können wir gerade teilen schicken die hälfte nach da schiffe nehmen wir mal und machen die hier gerade platt haben schon kapituliert und dann haben wir noch hier die zwei inseln ne da fahren wir jetzt ganz einfach mal hin ok mal die richtige flotte haben wir geschafft guck an hier kommt das fliegensangebot lehnen wir erstmal ab wo sind unsere schiffe da ok da wird wieder gefightet so aber diesmal ist es doch so dass wir dann norwegen mal auslöschen können oder 92 prozent krieg stand da sind nur sechs dingens drauf kapituliert ok die schicken wir jetzt hier hin und sollen da auch noch das machen kriegen wir das hin mit den 15 leuten weiß ich nicht das sind sechs ne ist auch gewonnen auch mal grad ablehnen kommen die ja jetzt nicht weg oder wird sind es nur neun einheiten oder was hä warum geht es nicht voran so jetzt klappt das aber ne das sind die neuen schiffe haben wir was fahr die mal raus die einen und die machen wir platt haben wir gewonnen so so das haben wir jetzt alles besetzt und jetzt das krieg stand 99 prozent haben wir irgendwo noch ne insel da ist noch was dann müssen wir da schnell noch hin ok unser agent wurde entdeckt warum ist das hier überhaupt zu abziehen können wir da noch was machen haben wir schon anspruch drauf da nicht ne geht nicht mehr das war zu wenig ok ok hier sind noch ein paar schiffe die wir jetzt zusammen ziehen können obwohl die hätten wir auch jetzt nach da oben schicken können machen wir mal so das ist alles erledigt da geht es noch ums ablehnen und hier geht es noch ums besetzen ne halbier das nochmal aber jetzt brauchen wir auch nicht mehr halbieren ne sonst können wir sie wieder zusammenführen 97 prozent ist das haben die sich da irgendwo befreit tatsächlich ich nehme das mit wo kommen denn fünf einheiten immer her ist ja hammer oder okay ja ich nehme 1 im so Das sind wir gerade wieder befreien hier. Das lehnen wir noch ab. Das wird von Neufundland besetzt. Ja, kriegen wir hin, oder? Dauert nur eine Weile. Laufen wir ein bisschen schneller hier. Sollten vielleicht mal einfach hier runter gehen, ne? Okay, das ist dann nämlich erledigt. Da nochmal hinterher. Vielleicht würden die da mal was befreien, ne? Ja, jetzt kommen irgendwo noch ein paar Leute raus. 16 Truppen, alles klar. Oh, da mal schnell hin. Geht nicht. Super, oder? Ne, Schiffe holen. Gut, fahren die da wieder rüber. Und die fahren nach da. Oder gehen, besser gesagt. Warum die sechs Einheiten da jetzt auf der Insel hier verweilen, weiß ich auch nicht, ne? Bisschen doof, oder? So, das machen wir da auch noch gerade. Aber jetzt müssen wir noch gegen die da kämpfen. Maschieren wir da gerade noch runter. Achso, die können da auch hin. Die sind gerade angelandet, ne? Jetzt noch da hin. Machen wir das. Da ist alles gut. Die einen mal und schicken wir es nur nach da hin. So, und das ist hier abzulehnen. So, und dann ist jetzt gleich Kriegsstand 100%, will ich hoffen. so, okay. Machen wir gerade Pause. Frieden verhandeln. Zack, 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 zack. Alles. Zack, 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 zack ist. Ah komm, da müssen wir gerade noch helfen gehen. Komm, los dahin. Geh mal dahin. Wollen wir nicht. Jetzt verlieren wir die Stabilität, die wir eben da irgendwo gewonnen hätten haben können. Ach komm, zack, egal welches. Wird sich schon erholen. Oh, hier können wir investieren. Da auch. Läuft, ne? Zur Kernprovinzen machen das wichtig. Ne, da sind unsere Leute, die sollen mal dahin gehen. Und dann haben wir das auch erledigt. Ach guck mal, hier stehen noch elf Schiffe rum. Können wir erstmal einen. Da unten ist aber keiner mehr, ne? Ne. Ja, dann bringen die mal hier hin. Und wenn die dann das erledigt haben, was wir auch gerade schon getan haben, können wir die ein... Hier gibt's noch eine Staats-Ehe. Akzeptieren wir. Da können wir nochmal hier investieren. Okay. Da haben wir auch bessere Belagerung. Läuft, ne? So. Wollen wir mal wieder langsamer hier. Jetzt müssen wir nochmal die Leute auswählen. Oh, das wird nicht... Das bleibt Großbritannien. Ah, das ist, weil es noch nicht Dingens ist, ne? Kolonisiert, okay. So, die kommen jetzt auf die Heimat zurück. Und dann haben wir hier unser Ergebnis erzielt, oder? 500 ist ein ziemlich großer Partner hier. Wir haben alle Grundnästen verfügbar, kaum zu glauben, oder? Schicken wir die doch einmal hin. Hier sind noch Plätze frei. Handelseffizienz. Machen wir das. Oh, der Armee ist auch ganz wichtig. So. Achso. Wenn wir da oben natürlich die hinschicken. Prestige. Das ist 45, zack. 45. Wird ich nicht... Keine Mission ausgewählt. Na ja, auch mal geschafft. Komm hier, zack. Armee erschaffen. Guck, da kommen schon welche raus. Und die da sind auch falsch am Platz. Und die 10, die schlafen da schön, oder was? Ja, das wäre jetzt keine gute Idee, alle rüber zu setzen, ne? Ja, da müssen wir doch mal hier eine kleine Armee noch machen, die da hinten wieder hinfährt, ne? Besteuern wir das Ganze. Ja, los, zack, hier wieder hin. Oh, das sind 18, ne? Wollen wir die Schiffe abfangen? Obwohl, die 11 gehen da jetzt drauf, oder wie sehe ich das? Und wir befreien das Land hier, ne? Schisser. Oder wir gehen hier an Land. Weiß ich noch nicht. Ah, so ein bisschen näher kommen sie ja schon mal. Was haben wir hier noch? Schon wieder ein. Cool. Okay. Das haben sie befreit. Okay, da oben läuft was. Okay, wir sind da, aber doch, die sind dazugekommen. Ich wollte gerade sagen, die greifen nicht mit an. Das wäre ja der Hammer, ne? So, die sind erledigt. Können gleich hier rüber gehen. Dann kommen wir morgen und das nicht machen. Dann gehen wir jetzt hier hin. Und da müssen wir Schiffe nehmen, um da hinzukommen. Ja, okay. Aber wir müssen erstmal eine Pause machen. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.